Dies ist ein sicherer Ort, Wednesday. Ein Zufluchtsort, wo wir über alles reden können. Deine Gedanken, Gefühle, über deine Weltansichten. Ich will wissen, wie du tickst. Das ist ganz leicht. Das hier ist für mich Zeitverschwendung. Ich sehe die Welt als einen Ort, den man ertragen muss. Mein Motto lautet töten oder getötet werden.